Sommerschlussverkauf bei Bettenammerer. Damit Sie auch in den heißen Nächten erholsamen Schlaf finden, hat Bettenammerer ein paar Tipps für Sie. Jeder sucht eine Abkühlung, gerade wenn es jetzt zu heiß ist. Was kann man im Bett tun? Man kann sich mit einer luftig leichten Zudecken zudecken. Gibt es Wühlzeiten, gibt es Tänzel, gibt es Leinen, das sind alles natürliche Materialien. Was darf man nicht vergessen? Man kann ein Unterbett drunter tun, ein kühlendes Leinen und wenn es ganz zu heiß wird, dann nehme ich, wie die Italiener, einfach ein dünnes Leintöchel zum zudecken und fertig. Und auf eine modische Bettwisch soll man natürlich nicht vergessen, natürlich aus Baumwolle oder aus Leinen, kann man auch Tänzel mittlerweile machen. Klassiker nach wie vor ist ein Siersacker-Bettwisch, das ist Abstandsgewebe, dass die Luft möglichst gut durch kann. Das ist für den Sommer die ideale Variante. Und wenn es etwas pompöses, farbenfrohes sein darf, wir haben auch wieder eine Passette-Bettwisch, radikal reduziert. Und für all jene, denen zum erholsamen Schlaf noch die orthopädisch richtige Matratze fehlt, Amara hat natürlich auch ein Schlussverkaufsangebot in der Matratzenabteilung. Und auch gute Bandscheibenmatratzen haben wir jetzt im Angebot. Unsere Ergo Vital gibt es in vier Festigkeiten, in Neu zu alle Größen, kommt aus Braunau, geschäumt wird es aus Christmünster, ein echter Österreicher. Und dazu natürlich den passenden Lattenrost auch aus dem Hause Optimo. Mit diesen tollen Angeboten sind Ihnen also angenehme Sommernächte garantiert. Betten Amara finden Sie wie gewohnt in Ried, Scherding, Braunau, Christkirchen, Gmunden, Mauthausen, Kirchdorf, Matikhofen, Everding, Bad Hall und Salzburg.